Was haben wir hier? Firouza gegen Ding. Ja, oh, Schreckerje, Herr Lirien-Ding. 2-4-6, 2-4-5. Firouza, den wir eben so ein bisschen unter Wert bewertet haben. Der kommt ja nichts dafür, dass er von Magnus quasi zum Favoriten für dieses Turnier hier ausersehen wurde und jetzt am Ende der Tabelle ist. Der ist natürlich der Spieler der Zukunft. Aber die anderen sind ja auch nicht alt. Er ist, glaube ich, 18, er dürfte der Jüngste sein. Ist ein erstes Kandidatenturnier, aber das gilt für ein paar andere Spieler hier auch. Und ja, wenn er heutzutage schon mit Mitte oder Ende 30, heißt es ja im Schach, dann bist du schon zu alt. Die spielen jetzt, glaube ich, auch parallel auf irgendeiner schönen Insel oder irgendeiner schönen Ecke in Italien die Seniorenweltmeisterschaft. Ich glaube, da gibt es eine Kategorie ab 50. Da könnte ich ja mitspielen. Ich sage mal, so weit geht es noch. So weit kommt es noch, dass ich mich hier als Senior betrachte, nur weil ich über 50 bin. Und dann bei einem Seniorenturnier mitspiele. Also Schach ist jetzt ja nichts mit, der muss ja nicht laufen. Ja, also ich meine, der Kopf, der wird ja jetzt nun nicht mit Mitte 50 älter als mit Mitte 20. Also das finde ich total albern. Es kann, also man wird deswegen im höheren Alter unter Superspielern, ja, unter Großmeistern, nimmt die Stärke mit jenseits der 50, die Spielstärke ab aus einem ganz anderen Grund. Die älteren Menschen sind etwas weiser, die müssen sich nicht mehr so quälen, ja. Also die müssen auch nicht ein intensives Eröffnungs- und Partiestudium betreiben wie in jungen Jahren. Die spielen am Brett wahrscheinlich sogar besser als 30 Jahre vorher. Aber die Technik, das Techniktraining, das ist wie bei der Sportart, wo du stundenlang den Ball, den Fußball gegen die Wand trichst oder den Tennisball oder was auch immer. Das tut man sich im höheren Alter halt nicht mehr so an, weil man es nicht mehr braucht. Aber ich sage nur Vichy Anand, der Ex-Weltmeister, der ist ja zumindest jetzt schon mal deutlich über 40. Und wenn er am Turnier teilnimmt, dann können sich die jungen Großmeister aber warm anziehen. Man wird, das ist das Schöne am Schach, man wird im Alter nicht schlechter, nur weil man älter wird. Also wenn ich Tennis spielen würde, würde ich natürlich mit Mitte 50 schlechter spielen, also mit Mitte 20 oder mit Anfang 20. Aber im Schach ist das nicht so. Und das ist für uns als Amateurspieler natürlich super, weil ihr könnt im zunehmenden Alter immer besser werden. Weil ihr ganz anders als ein Supergroßmeister, hat man ja, vielen Dank fürs Folgen, Gerhard Peter B., ganz anders als ein Supergroßmeister hat man ja vielleicht als Amateurspieler, wenn man ein bisschen älter wird oder gar tatsächlich Rentner. Also ich meine, so schlimm ist Rente ja auch nicht. Also nicht mehr arbeiten müssen, kann auch seine Vorteile haben. Dann hat man ja im Gegenteil mehr Zeit als früher. Also ehrlich gesagt, mit Anfang 30 habe ich Schachspielen weitgehend eingestellt, weil ich anderes zu tun hatte. So lustige Dinge wie Familie, Beruf soll es ja auch geben. Also da hatte ich dann nicht mehr die Zeit, so viel Zeit mit Schach zu verbringen wie früher. Aber jetzt geht es wieder ein bisschen besser, da hat man ein bisschen mehr Zeit. Gut, Familie, Beruf gibt es natürlich immer noch. Aber man ist irgendwie ein bisschen gesetzter. Und dann wird man sogar besser. Also ich wäre zumindest von Monat zu Monat eher besser als schlechter. Und da tut das Alter keinen Abbruch. Wie kam ich eigentlich drauf? Achso, ja, weil Firuza so ein junger Spund ist. Na? Ja.